Musik Ja, wir sind hier beim SV Steinheim jetzt unterwegs mit der FFH Fußballschule. Das ist das zweite Camp für Kinder mit Handicap, was wir jetzt veranstalten, in Kooperation mit der FFH Fußballschule und das läuft super. Wir stehen jetzt kurz vor dem Abschluss vom offiziellen Kooperationsvertrag mit der FFH Fußballschule. Die Camps sind geplant, dass man so drei bis vier Camps hinbekommt im Jahr für Kinder mit Handicap. Und in Zukunft wollen wir uns auch mal zusammensetzen und schauen, ob man dann auch ein inklusives Camp mal auf die Beine stellt als Testphase. Ich bin da guter Dinge, dass wir da in der Zukunft was Großartiges auf die Beine stellen. Ich bin heute Morgen hierher gekommen um der FFH Fußballschule powered beim FSV und dem Verband, der sich für Kinder mit Handicap einsetzt, hier ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ein tolles Fußballprojekt und wir müssen gerade allen Kindern, die es nicht so ganz leicht haben, wie es vielleicht manch andere, besonders vermitteln, dass wir sie wertschätzen, dass wir ihnen Chancen organisieren und hier zwei Tage miteinander hochprofessionell Fußball zu trainieren, Spaß zu haben, gewinnen, genauso zu lernen wie verlieren. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Also Dank an alle Beteiligten, dass es heute Morgen und morgen hier stattfindet. Ja, ich finde das richtig klasse, was hier passiert. Die FFH Fußballschule vom FSV Frankfurt gibt es ja nun schon eine halbe Ewigkeit. Aber dass man jetzt gemeinsam hier Kinder mit dem Handicap trainieren lässt, Inklusion praktiziert, ist eine große Klasse. Und natürlich hat mich das auch bewegt als Bernd Reisig-Stiftung, wo wir gesagt haben, das gilt zu unterstützen. Dort, wo wir helfen können, versuchen wir das immer im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und ich finde ganz klasse, was die Kinder hier gemeinsam erleben können. Und ich finde auch klasse, dass es so viele Trainer gibt, die das umsetzen, mithelfen, für die Menschen, für die Kinder da sind. Also mein allergrößter Respekt. Die Stiftung Mitmenschen, der PSD Bankers in Thüringen GG, fördert insbesondere Organisationen, die sich darum kümmern, benachteiligten jungen Menschen oder Menschen, die keinen studenten Lebenslauf haben, zu unterstützen in vielfältiger Weise. Das deckt das ganze Spektrum ab. Schule, Ausbildung, Studium und auch Sport. Und wir haben auch das Projekt hier gefördert, da wir hier sehen, dass der Sport verbindet und insbesondere auch dazu beiträgt, dass man integriert wird, sich gegenseitig integriert und dazu beiträgt, ordentlich dann auch eine Gesellschaft aufzubauen. Ja, wir sind darauf angesprochen worden, jetzt nach dem Kurs in Wetzlar, für den Kurs für Kinder mit Handicap, hat man es auch hier in der Region in Hanau machen. Und so kam jetzt der gute Kontakt zur Stadt Hanau zustande. Und hier auf Kunstrasen, jetzt bei der SVG Steinheim, haben wir optimale Bedingungen gefunden. Wir machen unsere Erfahrungen und versuchen das Ganze dann später, als es im nächsten Jahr so mit Inklusionskursen hinzubekommen, dass wir alle Kinder zusammen auf die Plätze bekommen. Das ist unser Ziel. Gesch mmm cheitig! Unserem klingelung